Vielleicht zwei, drei kleine allgemeine Überlegungen dazu. Es ist ja so, dass die kantonalen Museen dienststeller sind, mit einer grossen Selbstständigkeit, die sie auch brauchen. Es ist wichtig, dass sie den Handlungsplan für die Museen erhalten. Dass sie Ausstellungen machen können. Vor allem brauchen sie das. Das ist mir sehr wichtig. Sehr wichtig ist auch, dass die Museen, die fünf kantonalen Museen, gut zusammenarbeiten. Und was man klären muss, ist sicher die Aufsicht und vor allem auch die Oberaufsicht der Museen. Aber die Details sind Unika und ich möchte ihnen keine Eier verkaufen, die nicht gelegt sind.